Philipp Mür, Sie präsentieren das Ergebnis 2019. Helvetias steigert den Gewinn um fast einen Viertel. Auf Spanisch würde man sagen, das ist ein Salto in Las Cananzias, also ein Gewinnsprung. Tatsächlich, wir haben ein sehr erfreuliches Resultat und wir sind sehr zufrieden. Allerdings ist es auch nicht alltäglich, dass man einen solchen Gewinnsprung realisieren kann. Wir sind uns bewusst, dass auch zwei Faktoren dazu geführt haben. Die wir nicht beeinflussen können. Nun, wenn Sie Spanisch sprechen, dann kann ich mir vorstellen, worauf Sie hinaus wollen. Ja, über Spanisch, über Spanien und das Resultat im Detail sprechen wir gleich. Philipp Mür, Sie sprechen beim Gewinn von Faktoren, die Sie nicht beeinflussen können. Was meinen Sie konkret? Es sind insbesondere zwei Faktoren, die ich damit ansprechen möchte. Der erste Faktor betrifft das Kapitalanlageergebnis. Wir haben profitiert von sehr guten Aktienmärkten im letzten Jahr. Und der zweite Faktor betrifft den Einmaleffekt im Zuge eines neuen Steuerregimes in der Schweiz. Allerdings, und das ist wichtig zu betonen, haben wir weiterhin auch sehr solide versicherungstechnische Resultate erwirtschaftet. Ja, und wenn man ja die Zahlen ganz genau anschaut, dann fällt auch auf, wie stark Helvetia gewachsen ist. Plus 5,6 Prozent, verglichen zum Vorjahr plus 3,9 Prozent. Welches war denn der ganz grosse Hebel, der zu diesem Wachstum geführt hat? Da kommt uns zugute, dass wir breit diversifiziert sind. Ich nenne zwei Hebel. Der eine ist das Wachstum im Sachversicherungsgeschäft. Und da denke ich insbesondere an das Ingenieringgeschäft und die sparte aktive Rückversicherung. Und das zweite Wachstumsmomentum kommt aus dem Wachstum bei den kapitalschonenden Einzellebenprodukten, insbesondere in den Märkten Schweiz, Deutschland und Italien. Ja, und für 2020 ist wohl mit einem weiteren Wachstum zu rechnen. Denn Helvetia hat ja Anfang Jahr den Versicherer in Spanien, Gasser, übernommen. Was steckt eigentlich ganz genau hinter diesem Schritt? Für Helvetia bedeutet diese Akquisition einen grossen Meilenstein in ihrer Entwicklung, in ihrer Unternehmensgeschichte. Es hilft uns, das Europageschäft als zweites starkes Standbein weiter zu etablieren. Aber Sie sprechen vom Europageschäft. Weshalb genau Spanien? Wir sind seit Jahrzehnten im spanischen Markt tätig. Wir glauben an die spanische Volkswirtschaft und auch an die attraktiven Zukunftsaussichten in diesem Markt. Und weshalb genau Gasser? Gasser ist eine sehr gut etablierte und vielversprechende Versicherungsgesellschaft mit Hauptsitz in Madrid. Und sie hilft uns, erstens das Nicht-Lebens-Versicherungsgeschäft auch in der ganzen Gruppe zu stärken. Zweitens Zugang zu gewinnen über drei Kooperationspartner zum Bankenvertriebskanal. Und drittens schliesslich hilft es uns, das Ecosystem Gesundheit weiterzuentwickeln. Ein Ecosystem, wo Gasser schon seit Längerem sehr erfolgreich aktiv ist. Ja, und die Übernahme, die passt ja auch haargenau in die Strategie Helvetia 2020. Ist das sozusagen der Schlusspunkt dieser Strategieperiode? Es ist sicher ein wichtiger Punkt, noch nicht der Schlusspunkt. Das Jahr ist noch nicht zu Ende. Wir sind sehr gut unterwegs, die strategischen Ziele, die wir uns gesetzt haben vor fünf Jahren, auch tatsächlich zu erreichen. Wir wollen das Kerngeschäft stärken, neue Ertragsquellen erschliessen und von Innovationen profitieren. Und da sind wir gut unterwegs, vor allem auch dank dem enormen Einsatz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dafür möchte ich jetzt schon herzlich danken. Ja, und bald beginnt ja die neue Strategieperiode 2021 bis 2025. Haben Sie denn schon eine klare Vorstellung, wie Helvetia im Jahre 2025 aussehen wird? Ja, die haben wir. Unser Markenversprechen lautet einfach klar Helvetia. Und das soll auch Richtschnur sein für die nächste Strategieperiode. Aber mehr dazu verraten wir dann im Herbst. Und darauf freuen wir uns jetzt schon. Vielen Dank, Philipp Gmür.